Herzlich willkommen hier bei uns am Blecherhof und herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Mixed Reality im Office. Wir nehmen euch ein Stück weit mit in die Zukunft, aber nicht in die ferne Zukunft, sondern in eine Zukunft, die unserer Meinung nach schon kurz bevorsteht. Wir werden euch in dieser Serie zeigen, warum Mixed Reality ein Game Changer für das Office ist, warum wir davon ausgehen, dass in den nächsten drei bis zehn Jahren das zu einem radikalen Wandel und zu völlig neuen Möglichkeiten führt und was ihr heute eigentlich schon tun müsst und tun könnt, um eure Büros für diese Zukunft entsprechend vorzubereiten. Mixed Reality im Office bietet uns die Möglichkeit, völlig neu zu arbeiten und gleichzeitig auch unsere Büros wieder neu zu nutzen, neu mit Leben zu füllen. Apple bringt mit der Vision Pro das Thema Spatial Computing. Ihr nutzt den gesamten Raum als euren Arbeitsplatz. In unserer mehrteiligen Serie zeigen wir euch auch, wie dieser Raum, wie das Büro gestaltet sein müsste, auch was ihr bei einer Planung einer neuen Bürofläche rein baulich schon achten müsstet und wie ihr bei den Ausstattungen eurer Büros neue Angebote für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen könnt, die dazu führen, in Zukunft das komplette Potenzial dieser Technologie entsprechend auszuschöpfen. Wir laden euch herzlich ein, die Serie entsprechend zu sehen, den Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen und gerne auch in den Kommentaren in die Diskussion einzusteigen. Wie seht ihr das? Ist Mixed Reality, ist Augmented Reality etwas, was ihr heute schon nutzt? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Vision Pro für euch ein Arbeitsinstrument in der Zukunft Zeit und natürlich die herzliche Einladung auf die Orga Tech in Köln, die Sonderschau Inspired Augmented Office, wo wir euch genau das live erleben lassen. Insofern bis zu unserem nächsten Teil unserer Serie.